Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Krieg Odyssee mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, das Wetter ist scheiße, aber mit Freunden ist geteiltes Leid, halbes Leid und hier unten ist jemand, den wir treffen sollen. Wir haben ja hier noch eine kleine Aufgabe. Inzwischen ist aber wohl auch... Ja, das war aber gestern auch schon spielbar. Ich verstehe das nicht so ganz und das ist noch nicht... Ja gut, wenn ihr meint. Wir sind bei den Prüfungen des Charakters dran. Ja, und ich werde jetzt mal absteigen. Tschüss, Icarus. Tschüss, Ella. Mir das vollkommen sinnlose Zeug hier einsammeln und mich mal mit ihm wiederholen. Ich habe Poseidon angefläht. Er möge jemanden für dich zur Unterstützung schicken. Beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hörte, dein Dorf sei in großer Gefahr. So ist es. Mein Bruder segelte den Soldaten entgegen, die unser Dorf abbrennen wollten, da sie keine Piraten mögen. Und sein Schiff wurde versenkt. Und mein Bruder kam nie wieder nach Hause. Heie zeigen keine Gnade. Woher weißt du denn, dass es Heie waren? Ich war beim Grab deines Bruders. Mein Beileid. Danke. Das ist sehr freundlich von dir. Werdet ihr immer noch von diesen Soldaten bedroht? Ja. Aber ich habe einen Plan. Ich werde ein Kriegsschiff bauen, das sie nicht versinken können. Glaubt mir, mein Dorf wird überleben. Du wirkst entschlossen. Was gibt es noch zu tun? Viel zu viel. Unweit von mir hält unser Teil des Heeres in Atem. Solange sie da sind, ist es schwierig, sämtliche Materialien zu besorgen. Das brauchst du also. Oder vielleicht Hilfe mit dem Heer. Du bist so schlau wie Athena selbst. Was wirst du bereit für uns zu tun? Diese Soldaten werden bereuen, die Waffen erhoben zu haben. Vielen Dank. Gerüchten zufolge findest du ihr Lager westlich des verfallenen Heiligtums des Eiers. Dann ist das mein Ziel. Also ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Sachen zu suchen. Ganz ehrlich. Äh. Äh. Oh. Wolf. Wolf, bleib mal stehen. Warst du allein? Sag schnell. Dann gib mir mal dein Fell. Ich hole mal Ella. Ella. Der Straße folgt, genau. Das ist da drüben. Oh, das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Wir gucken mal auf der Karte. Die Karte sagt, es gibt hier keine Schnellreise hin. Echt jetzt? Äh. Das ist ja ein Ding. Das ist weit weg. Da ist es, Doc. Dann reiten wir mal am Strand lang. Oh, die Steine tröpfeln rein. Oder die Steintexturen. Die Steine liegen ja schon da. Ich vermute mal, sie werden mit Texturen beschickt. Wenn man dicht irgendwo rankommt. Und ansonsten werden die, sind sie ausgeblendet, die Texturen. Weil die müssen ja damit bewegen werden, wenn ich hier so die Körpelin und der Begele... Das war's. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Weiter weg ist in Luft zu holen. Oh. Bleib stehen. Hier bin ich. Hier musste ich letztes Mal fliehen. Hops. Hi, junge Frau. Nein, ich rede nicht mit dir. Ich hab eine Aufgabe. Hier rein. So. So. Erreit Siegel Owens. Hier ist es. Mir fällt da gerade was ein, hier soll doch noch so ein... Die sollen was anderes erlegen, ne? Trierin, zerstöre Athener Trierin. Das ist kein Trierin. Also lass es sein. Oh, du kannst rückwärts schwimmen. Nicht da oben, na gut, hier? Die drei Soldaten? Nicht, da kann ich nicht ran. Die sollte springen und nicht gehen. Da stehen sie. Wo sind denn da? Sind ja nicht so viele, da gibt's auch Pölzer und da oben gibt's alte Kämpfe. So. Ach so. Der war ja so, so, wart mal, wart mal. So und jetzt so und dann gucken wir mal, was wir denn da so haben. Da haben wir einen Gefangenen. Und das war's schon. Na gut. Ach, Quatsch. So. Weiß nicht, warum ich da heute mal aufdrücke. hier. Oh. Das war ganz schnell. Das war ganz schnell. Da liegt jemand. So. Können wir auch mal die anderen hin. Ey. Wo bist denn du? Warte. Das Selt brennt. Na kacke. Die können aber auch nicht still stehen, ne? Warte, 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 warte. Oh, das geht mir auf den Sack. So geht's auch. Das war der letzte dieser Soldaten. Dann gucken wir uns mal wieder um. Hier waren wir natürlich schon, wie man sieht. Der Schatz ist schon lange geplündert. Gut. Ich komm gleich zu dir. Aaaaalt. Meine ach, Drachmen. Ich brauche alle. Vielleicht? Hä? Ist das jetzt da oben? Ja, da können wir mit den Schiff hin. Sprich mit dem Schiffsführer. Das bin ich doch. Ich spreche mit mir selbst. Ja. Schnell hin zu meiner Adrastea. Ich verspreche aber auch, das ist die letzte von diesen Aufgaben. Aber es macht auch Spaß. Also hier. Und ich sammle ja ein paar XP. Wie? Ah, ein kleines Schiff. Reisegeschwindigkeit. Geil! Da, ich war zu dicht an Land. Dran. Mann. Oh, das sind sechs Trockenhölzer, oder? Also es nennen sie. Sechs Trockenhölzer. Haha, geil! Ah, das ist so ergiebig. Ja, dann schwimmen wir mal. Ah, das ist ja schön. Es hat aufgehört zu regnen. Wo ist denn die Sonne? Ist die schon am. Muss ja da noch scheinen, ne? Von diesen Soldaten wird man nie wieder hören. Mein Bruder ist gerecht. Und außerdem kann ich mein Schiff bauen. Ich entbiete dir meinen Dank. Ich habe auch einen Gefangenen gerettet. Er ist unterwegs hierher. Den Göttern sei Dank. Welch großer Gefall. Möge das neue Schiff siegreich sein. Ich sollte diese seltsame Frau darüber informieren, was geschehen ist. Ist hier noch ein Wolf? Ist hier noch ein Pferd? Hallo, Ella. Hallo, Ella. Tschüss, Freunde. Oh, mein stolzes Schiff. Ich bin total begeistert. Oh, warte, 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 warte. Meine Nase. Meine Nase. Diese seltsame Frau. Es geht hoch und runter. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die wird schlecht. Nein. Sicher. Eigentlich hatte ich heute einen Scheiß-Tag. Viel zu tun. Und einen dicken Korb. Geil. Äh. Was? Was für ein Pup? Was? Was? Oh. Nein, ich dachte noch was. Das finde ich auch. Ja, das war, habe ich auch gesagt, Pferd. Äh, Ella. Aua, Ella. Vorsichtig, Ella. Nicht so wild. Sie hat einen Vorwärtsdrang, der ist ungezügelt. So, Ella. Warte mal kurz. Ich muss hier mal rüber hüppen. Oh, hier ist das wieder so schön. Und es gibt keinen Fallschaden. Hallo, Hund. Moin. Ich habe den Bruder des Toten getroffen. So. Und warum ist er in haiverseuchten Gewässern gesegelt? Er war ein Pirat, der auszog, um gegen die Soldaten zu kämpfen, die seine Familie bedrohten. Sie versenkten sein Schiff und überließen ihn den Heim. Das ist beinahe tragisch. Wie hast du das Problem gelöst? Das ist es doch, was du tust, oder? Probleme lösen. Der Bruder des Piraten bat mich um Hilfe und ich tötete einige der angreifenden Soldaten. Nächstes Mal wird er das Dorf allein beschützen können. Verstehe. Diese Antwort sagt mir viel über deinen Charakter. Warum interessiert dich mein Charakter? Das Material holen soll. Das musst du schon noch sehen. Und zwar bald. Doch jetzt nimm erst einmal dies. Danke. Obwohl es klingt, als hättest du noch mehr Pläne mit mir. Vielleicht. Die Gefahren des Meeres hast du überlebt. Aber was ist mit einer Insel aus Feuer und Raub? Ach du Scheiße. Diese Insel würde ich gern erkunden. Gut. Ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich. Ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken. Aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewalbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche. Sogar mit dir. Ich hole dir deinen Schlüssel. Ja, war nicht so gut. Ich hätte vielleicht das anders tun müssen. Aber guck mal, es gibt ordentlich Wind, ne? Naja. 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 Ella ist weg. Ella? Komm, gehst du? Und jetzt ignorierst du mir einfach. Blöde Kuh. Ich kletter hier hoch, los. Ich will das jetzt. Ja. Ja. Du bist aber kein Hirsch. Du hast kein Gewei. Da war ja noch was anderes. aber es ist wie es ist und es passt irgendwie schon ich suche mir ja mit unter auch den einfacheren weg im spiel muss man mit leben kommt nicht darüber haupt hin wo ich hin will bleib doch noch ein bisschen scheiße ich bin hier unten ach du auch so einer bist du habt ihr das gesehen ach scheiße warum geht das denn nicht also mit scheiße meine ich hab ich hab hier versucht diesen angriff zu machen und das funktioniert nicht er zieht aber durch ein treffer und ich bin tot da gucken wo wir jetzt sind aber wenn ich den wieder sehen mache ich fange das wieder an da kenne ich gar nichts aber sowas nervt mich dann immer so ein bisschen wenn ich dann unter adrenalin stehe und mir dann so ein so ein ladebildschirm anschauen muss ne ist noch da nun geh doch runter ach schon wieder mensch ich hatte das anders eingestellt das meine ich auch nicht du solltest doch bloß die waffen nehmen jetzt geht's der wolf ist nicht auf meiner seite ach scheiße ach so der ist ja auch guck mal der ist ja richtig rot da habe ich mir ein vorgenommen der stärker ist als ich weg oh gut sei dank weg lade auf die schlag hier ist noch nicht deine auch da hab ich gar nicht drauf geachtet weg 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 nicht so dicht da sind wir schön auf distanz nein sind wir nicht hast recht weg 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 aus ja muss nicht von dir auf andere schließen und schweiz Nein, nicht mit den Beinen. Ich glaube, das fährt. Nein, das auch nicht. Gleich ist er wieder aufgeladen. Ich mach doch gar nichts. Weg. Ach, Mist. Nicht ungeduldig werden. Ich hab ihn gleich. Na ja, das ist ausgerechnet der Richtige. Jetzt geht's aber wieder. Ach, Ella ist ja auch noch hier. Ah, jetzt ist ein blöder... Warte mal. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, da kann ich vielleicht helfen. Dann hier lang. Ja, mit bisschen Geduld und anderen Dingen geht das denn dort, wie man sind. Und aufpassen. Ah, hier sind gleich bei meinen Siedler. Was ist das hier? Geh doch mal weg, Ella. Wo ist der denn? Schlachtfeldhöhle. Da ist doch eine Schnellreise. Ach, da unten. Da ist der und der und... Irgendwas ist hier noch. Da ist noch eine Sie. Hallo, junge Frau. Mein Adler ist so schlau. Ich wollte noch Pfeile bauen. Das war in den Arsch. Bin ich da? Er sieht mich trotzdem. Harmonia! Oh, hier ist Holz. Warte. Dass sie immer denn so rumtönern müssen. Warum greifst du mich an, Hund? Ich hätte ja nichts getan. Echt jetzt. Noch ein Pfeil. Material. Ein Gefangener. So, bitte. Warum lassen sie die hier einfach liegen? Versteht das wer? Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht geguckt, ob da eine Schnellreise ist, ne? Ich kenne mich ja. Das kann weg. 60. Dann wissen wir ja, welchen Rang wir kriegen. Können theoretisch, aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen. Da fehlen mir einfach zu viele Punkte. Ich habe ja keine Ranglisten mehr gekriegt. Ich hatte zwar Punkte, aber, naja, ihr seht ja selbst. Prüfung der Anpassungsfähigkeit, da bin ich bei. Ihr seht es ja selbst. Eine Eule. Die können wir nach Athen tragen. Hallo. Hallo. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Aha. Ich bin hier wegen des Gewürbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du mir sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unweit des verlassenen Lagers auf der Insel Aegina. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Juhu. Wer weiß. Ey, das gefällt dir, ne? Oh, guck mal, wie weit das weg ist. Und auch da wieder keine Schnellreise hin. Gut, aber hier ist ja mein Schiff. Da werde ich jetzt hinreisen. Dann werde ich mit dem Schiff hinfahren. Und wenn ich da bin, geht es weiter. Tschüss.